Solange aufnimmst 3 Stunden Aufnahme das sind über 30 Videos die Schütze Digger 30 Videos 40 jetzt mhm ich kann eigentlich schlafen gehen nächstes Jahr wieder aufwachen und schlafen immer noch auf meinem Kanal Videos um Geil brutal man kommt auf 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 ich bin ja wie die ersten steigenden Alter ist trotzdem ich habe sieben videos schon mal so für zwei ich habe ihnen einen stunden video sieben videos gemacht so zwei stunden video heißt so quasi 14 jungen kennen wir uns ja die haben kein metall alter zwei stunden dann geht das video es gibt es hier damit ich kann gerade nichts machen ist alles speicher voll also was heißt ich weiß es ist irgendwie alles das hat auf das gezielt ich habe es jetzt nicht auch so viel bekannt die soll schön schmorden da drin digga was macht hier so ein dino alter hier ist uns richtiger großer fleischfresser in und jetzt greift er mich an digga der ist so stark ich kann gegen den nichts machen du bist doch hier gerade erst übel krass ich kann gegen die nichts hat er ist kein fleischfresser so schlecht gegen den der ist so krass alter glaubt so scheiße digga was hast du gemacht was hast du gemacht der ist geil oder ich hab den skin genommen soll deine auch so aussehen digga wie hässlich denn digga wie einfach anime hä hässlich digga ey nein alle folgen er hat ein bisschen eierwattern ja wohl umgelegt digga das sieht nice aus man ja digga eben noch das sieht schon scheiße aus warte ich mach das auf deinem auf das hast du drauf gemacht aber du musst du musst den selber drauf machen weil ich hab den nicht mehr das sieht aber nice aus naja schon irgendwie ich dachte warum leck das jetzt warte wie öffnet man den chat auf digga mit enter und ich wollte mir denn ein bisschen protein und 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 2.0 2.0 hat-trick Das Leben tatsächlich mit Menschen auf dich, äh, Läger. Sarah. Ach, komm, Läger. Ganz ehrlich. Läger nicht raus. Die I. So, guck mal, was geil ist. Hm? Ich kann jetzt einfach auf mein Floß gehen, den Trizera-Tops angreifen, und der kann aber mich nicht angreifen, weil ich auf mein Floß bin. Er können die nicht schwimmen. Nee, doch, die können schwimmen. Aber die hängen da fest, wenn die an meinem Ding sind. Ach, schuldiger, aber die können doch im Wasser eh nicht angreifen, oder? Doch. Komm, und nachzeit, ja. Aber lass dann mal ein T-Rex, okay? Oh, Achtung. Der ist schon mal aktiv. Der kann mir nicht ziehen. Ha, du hast einen Opfer. Komm, noch eines. Fack mich schon nochmal an. Egal, der kann nicht ziehen. Hä, lol, wie OP einfach, Digga. Das könnte man schon als Litch sehen, irgendwie. Okay, ich warte ein bisschen, bis es ein bisschen nachwirkt. Ah, aber ein Problem gibt sogar. Wenn die dann in Wasser stehren. Ja, 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 wenn der bewusstlos im Wasser wird der ja, dann wird er trinkt. Ich warte, bis er wegrennt. Weil irgendwann dreht er sich gleich um. Ach, nur, ja. Aber sein Kollege ist ja dann noch, äh, egal. Oder ich lenke die Kollegen ab. Ich will doch mal sterben. Er ist gleich tot, ne? Blutet der? Äh, gar nicht bei mir. Achso, willst du den einen töten, oder was? Nein, ich will nicht hier grad abschießen, der soll bewusst ersetzt werden. Ja, ich will nicht schlafen. Er prügel aber nicht. Seid doch mal bewusstlos jetzt, du Nigga. Ah, er will rennen wegrennen, glaub ich. Ja, er will reinrennen. Ja. Hey, warum rennt der jetzt weg, lol? Ich glaub, er pennt gleich ein. Ich hab doch den hier abgeschossen, die ganze Zeit, oder? Oh, Achtung, der Neue. Ah, er rennt weg, er rennt weg. Oh, Achtung, der Neue, der... Äh, da ist er nicht am Sacklepp. Ja, warte, nimm einen Raptor, nimm einen Raptor. Äh, obwohl... Er rennt weg, du musst jetzt irgendwas machen. Aua. Warte, warte. Fick den mal, lenkt den mal ab. Okay, ja. Ich renn mal weg. Okay, ja, die rennen mir hinterher, Hilfe. Warum verfolgen mich wieder hier 2019? Äh, wie... Liegt doch mal jetzt! Warte, ich lenke den einen wieder ab. Oh, fuck. Ja, okay, wenn... Äh, der liegt nicht, ne? Der will einfach nicht liegen, ne? Okay, warte, der ID ist jetzt zumindest abgelenkt. Nein, Digga. Ich find... Ich kann ihn nicht mal abschießen, Mann. Weil er nicht liegen will. Mann, er will nicht liegen, Mann. Ey. Aber liegt doch einfach, Alter. Merkiges Jäger. Trag, wenn du meinen Raptor brauchst, ne? Er kommt hier hoch, der Wichser. Er kommt auch hier hoch. Alter, wer bist du, Mann? Tschüss, Digga.